Erneut einen tollen Erfolg erzielten die Schwimmerinnen und Schwimmer des LTC-Weinviertel bei der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft im Schwimmen am 29. und 30. Juni 2024 bei schönem, heißem Sommerwetter in Wiener Neustadt. Die drei Schwimmerinnen und zwei Schwimmer freuten sich insgesamt über drei Gold, neun Silber und eine Bronzmedaille, also insgesamt 13 Medaillen. Die Bewerbe wurden auf der 50-Meter-Bahn im Akademybad W.R. Neustadt geschwommen. Bei den Einzelbewerben erreichte Theresa Preiss in der AK 30 Gold in Brust und Silber in Freistiel und Rücken, Martina Zoback in der AK 50 Silber in Brust und Bronze in Freistiel, Helga Polster in der AK 55 Silber in Rücken, bei den Herren Matthias Brandstetter in der AK 40 Gold in Brust, Silber in Freistiel, Schmetterling und Rücken und Michael Beigel in der AK 60 Silber in Freistiel. Am Samstag erzielte die Mixed-Lagen-Staffel mit Theresa Preiss, Matthias Brandstetter, Martina Zoback und Michael Beigel den zweiten Platz. Am Sonntag die Freistiel-Staffel mit Matthias Brandstetter, Helga Polster, Theresa Preiss und Michael Beigel den ersten Platz. TV 21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.